das Ding Okay, ich geh doch wieder runter Oh, hallo! Danke! Boah, wie soll ich denn so wirklich leben? Das kann doch nicht sein! Komm, ja, dich hol ich mir jetzt! Man kann auch irgendwie sprinten, ey, bin ich denn jetzt? Ja, ja, ich bin verpeilt. Ich mein doch, man könnte sprinten Nee, Kampf Wafferpfeuer, nee Ducken, Scheinwerfer, Scharfschützen, Zoom Aktion, Sprechen, nee Ich komm in den Teil noch nicht sprinten Das nervt ja Und dann gib mal schon deine Waffe Die Waffe ist voll Die Augen auf! Landungsschifte Allianz im Anflug! Ich könnte hier etwas Hilfe brauchen! Ja, ja Sie sind überall! Sie sind überall! Ganze Salve reicht aus Und ich bin fast tot Nicht so toll, nicht so toll, Granate Granate Oh, das gibt's so gar nicht! Ich bin schon tot! Da bin ich etwas zu schnell reingelaufen! Mal zeigen, was ihnen richtig! Ja, ja Da sind die Augen auf! Landungsschifte Allianz im Anflug! Ich kann hier etwas zu verbrauchen! Hier irgendwo gab's doch noch die Rettungskaps mit Leben Wo ist die denn landet? Das sieht doch gut aus! Jawohl, da gibt's Leben! Schön! Ich sollte vielleicht doch nicht genau reinlaufen! Ja, komm Bleib doch gleich alle im Baum stecken! Ja, so Oh, meine Mini ist auch schon was, die da alles in die Waffe So, das war's! Zack Tschüss! Das gibt's doch gar nicht, ehrlich! Ich bin nicht geschaffen für's Shooter-Genre! Bleib mir doch weg mit deinem scheiß Nadelwerfer! Da ist nur cool, wenn ich ihn hab! Jetzt hätte ich gerne das Sniper Hinter uns landet noch ein verheitliches Schiff Sie versuchen, uns in die Tage zu nehmen! Naja, ich weiß Ich kümmere mich schon drum Na, los, öffne euch! Ich werde dich sie freundlich begrüßen! Das war nachladen! Da ist noch ein bisschen Munition für mich Da ist noch ein bisschen Munition für mich Da ist noch Munition! um irgendwo bis in Munition Maschinenpistole und Kulmusik die jetzt hier was Interessantes was noch mehr Gegner nicht dein Ernst, oder? Ich dachte, das wär's ach, da kommen sie schon wieder ich sollte eigentlich mir entdecken bleiben, ich weiß kommt her her, tschüss wow, wow, zu viele, zu viele nicht gut die mit Schildmongos tut man am besten mit Nahkampf äh, von wo? darf ich mir mal sagen, da tschüss genau da sind h tschüss tsch 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 auch Gegner die h der Pass auf Pass auf das ist 50 den Sternen Stern auch kommen so ein Held der ich kriegst nicht hin da war das Ziel so super an ich bin wieder am Sterben nicht muss nicht zentrieren und den nächsten Kommissar Fressgranaten auch nichts noch einzig gewöhnen noch kommen Gleich eine Granate die Fresse. Nachladen, neue Munition sammeln, finden hier noch Gegner. Auf einmal hat er noch ein ganz Landungsschiff voll. Da hinten. Granaten! Tschüss, wo bist du? Wo bist du? Komm her! Elite, nicht zu gelb! Hier ist Pelikan Echo 419. Kann mich jemand hören? Wiederhole! UNSC Truppen bitte melden! So. Roger Echo 419. Hier ist Feuer Team Charlie. Wie hören Sie? Sind Sie das Fauxhammer? Roger, Feuer Team Charlie. Schön von Ihnen zu hören. Fauxhammer, wir brauchen einen Transport zur Kommandofähre. Bin schon unterwegs. Noch mehr Rettungskapseln. Sie sind im schnellen Anflug. Wenn diese Rettungsschiffe heil runterkommen, sitzt Ihnen die Allianz im Nacken. Fauxhammer, wir brauchen Ihren Warthog. Der Master Chief und ich wollen versuchen ein paar Soldaten das Leben zu retten. Die Herdkolle. Jieha. Jieha. Jo, ich weiß. Jieha. Ich ging aber weg. Der Master Chief und ich brauchen Unterstützung. Jieha. Wie? Jieha. in den ordentlichen hier kommt er das ist ein das ist ein bisschen klar das letzte Jahr ab die Teilen Aber noch geiler ist das Gorpion in dem Panzer, den man hier auch noch fahren kann. Ach nein, glaube ich nicht, dass das jemand gebaut hat. Okay. Ups. Hiha. Bisschen lungo. Ja, das ist gut schon. Ui, ah, jetzt war das hier. Komm mal her, du kleiner Grund. Das war nicht schlecht. Überfahren. Ja, schieß mal ein bisschen, du Gunner. Schieß ein bisschen besser. Oh, ist der schlecht. Okay, meine Fahrt, mein Fahrt ist vielleicht auch nicht im Ding der Peste. Ja, trotzdem. Zack. Allerdings dachte ich mir nicht gut, genau. So, tschüss. Zaubermacht, sie fertig. Fähig. Ich muss mich jetzt mal dran gewöhnen, mit der Maus zu steuern. Guck, man fällt in die Richtung, wo man hinguckt. Und das sind die, wie man bei mir sieht, nicht besonders gut. Gebt der Feuerschutz. Gebt der Feuerschutz. Ja, los, schieß alle kaputt. Nein, bitte nicht, ich will den nicht festgebackt haben. Na, also. Na, also. So, was haben wir hier durch? Und dann bin ich draußen. So, sonst noch mal überlebende. So, hier kommen wir nicht früher. Hier will ich nicht mit dem drunter fallen. Also brauchen wir einmal schnellen Schalt. Tja, das war knapp. So, ich glaube, das war's. Da hinten gibt's einen Aufgang, da geh ich hoch. Einmal auch schnell hier raus. So, der ist auch schon weg. Nachladen. Und da gibt's einen Schalter. Einmal schnell betätigen. Die Lichtbrücke. Der das lesen kann. Bestehen kann. Die muss ein echter, äh, Fremdsprache-Freak sein. So, und da haben wir eine Lichtbrücke. Und ich würde sagen, mit dem Anblick dieser wunderbaren Lichtbl-bl-bl-bl-bl-bl-blücke speichere ich jetzt ab und beende diese erste Aufnahme-Session von Halo. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir bleiben hier vorm Schalter stehen. Ich speichere ab. Und ich hoffe, dass ihr mir auch das nächste Mal wieder zuguckt, wenn ich hier spiele Halo. Vielen Dank und tschüss. Vielen Dank.